Vielen Dank, die nächsten Aufnahmen, das sind ja meine Dokumentationen, weil ich muss mir ja immer das Arschficken gehen, richtig auf gut Deutsch, sagt gleich los. Nividus 6, RTL, beim Rumzappen bin ich ständig dran gezwungen, auch das mit anzuschauen oder auch nicht. Meine Videos sind ja meine Nachrichten hinterlassen, wo ist mein Sohn? Achso, ich vergesse immer, dass ja andere hier zu Wort kommen sind, bevor man mich ganz fertig macht, weil sonst haben sie niemanden mehr zum Tritzen. Julia Aschawa ist im Gefängnis und die anderen machen ihre Bücher, weil ich schäme mich ja so mit den Leuten in der Südwestpresse. Gut Geld gesammelt, ein Computer? Gut, dass es dann andere sind, dann, gell? Für die Spenden, 5 Euro, 10 Euro der Lesezirke. Ja, ich schäme mich so mit den Ulmerleuten, mit dem Mond, mit allem. 55 gestorben, fahren sie alle in der Autos, schön, im Kreislauf hier, rückwärts geht ja nie was, außer beim Autofahren. Wie lange fahre ich schon nicht mehr Auto? Ich vergesse immer, gell? Das ist ja andere zu Geld, die müssen nur abschreiben, weil ich schäme mich so, dass ich eine Lehre gemacht habe. Und nur darauf warten muss, dass die Zeugen Jehova nochmal gewinnen. Ach, muss das mit der Silvia sein? Ach, so heißt sein Kind. Muss das sein, Frau Deschler? Achso, sie braucht wieder einen neuen Mann, Judith. Muss das sein, mit den Leuten von Ulmer, Frau Reuter? Achso, habe ich schon mal ein Geld von den Leuten gesehen. Mühselig hin und her, jetzt gefällt es uns aber. Uschi, in Sarg! Und kann dein Vater deinen Sarg zahlen? Viel Spaß weiterhin! Mühselig hin und her, jetzt geht's!